Im Juli startet in den Kinos ein Film, den noch keiner gesehen hat und den aber jeder kennt. Wie das funktioniert, ich versuche es zu erklären. Vor beinahe 40 Jahren gab es eine sehr bekannte deutsche Fernsehserie. Ja, das ist natürlich schon ein Weilchen her und sie ist aber heute genauso beliebt wie damals. Und so hat man alle Folgen zu einem Spielfilm zusammengeschnitten. Und damit haben sie die Möglichkeit, die Helden von damals auf der großen Leinwand zu bewundern. Denn noch bevor das Raumschiff Enterprise startete, waren die Deutschen schon im All. Und zwar auf Raumpatrouille, auf dem schnellen Raumkreuzer Orion. Kommande McLean und die Orion-Besatzung. Das ist Ihr zukünftiger Sicherheitsoffizier, an dem Hauptmajor. Leutnant Tamara, ihr gelost. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ja, ich finde es einfach immer richtig faszinierend. Klatsch, klatsch, dankeschön. Ja, und ich freue mich, ich darf nämlich jetzt den Mann begrüßen, der die Musik zu dieser Serie geschrieben hat. Er ist der erfolgreichste deutsche Film- und Fernsehkomponist Peter Thomas. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ja hunderte von Filmen und Fernsehmusiken geschrieben, aber mir ist eigentlich aufgefallen, es sind immer spannende Musiken, also nicht so romantisch, sondern, was waren das für Fernsehserien hauptsächlich? Ja, also Fernsehen war das die Dörbütsche, viele Dörbütsche, viele Kommissare, viele Derricks. Große Preis, and so on. Und alte. Aber neue mache ich auch, deswegen bin ich heute hier. Ja, genau, und wir werden das auch jetzt hören. Ja, ich will noch was sagen, es ist Muttertag. Und ich mache jetzt eben, ich habe den Engelbert Humper, den hat mich angerufen, der Hänsel und Gretel gemacht hat. Er sagt, mach bitte neu ein Musiker Hänsel und Gretel. Und ab Frühjahr gibt es das überall, Hänsel und Gretel, bis me. So, und jetzt wollen wir runterzählen, ja? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nicht. Zur Premiere des Films hören wir nämlich jetzt die Raumpatrouillen-Melodien einer einzigartigen Besetzung. Das Bundesgrenzschutzorchester Berlin unter der Leitung von Ahren zu Höhne, dann die Schöneberger Sängerknaben unter der Leitung von Gerhard Hellwig und den Meister an den Tasten. Und Sie haben mir ja auch Ihre Stimme gegeben, das heißt, Sie haben gezählt. Und damit fangen wir jetzt an. Und das in Deutsch. Und wenn alle helfen würden, mir nachzumachen, wäre das riesig. Also fangen wir an zu tuten, Jörg. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, neun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020